Hei und willkommen zum Navi8-Webinar. Hier berättere ich mehr um Exportfunktionen durch PXÜ-Format. PXÜ ist ein Koordinatfehl, zum Wieser Punktnummer, XÜZETA und ein Punktcode. Ich habe eine Linieinformation. Ich fahre ja Leser und Linie. Ein Fehl mit Points. Typ Seville Cocoa Point zum Wieser ein Punktcode. Ich drücke auf Exportknappen im Navi8-Ribbon-Menü. So fahre ich auf einen Dialog, der man fragt, erst nach Punktnummer, an die löpernde Nummer oder nach der löpernde Linie. Ich wähle auch Out-Points. Ich kann sparen und öffne samtidig ein paar Knappen. Löse ja den mit Feature Lines. Ich habe in Feature Lines einen eigenen Code beschrieben. So kann ja PKPOR Radio Button Feature Line nehmen. Ich will ja alle Feature Lines. Oxbara in Fehl. 3D-Linie. Ich kann ja Expo Terra Lagernamen, zum Beispiel. Tag, fährt nicht die Date. Willkommen Out-Tag. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020